Helden von Duria, mein Name ist Tim aka Vanslot, euer Community Manager für Drakensang Online. Heute möchte ich euch die Drakensang Online Box vorstellen. In dieser Box findet ihr unter anderem das Pad, was euch 20% mehr Erfahrungspunkte gibt und ihr wesentlich schneller leveln könnt. Dazu kommt noch 12.000 Anamann Startkapital und viele Level 1 Gegenstände, die euch das Leveln ab Level 1 sehr erleichtern werden. Wenn ihr diese Box kauft, habt ihr wesentlich günstigere Konditionen, als wenn ihr alle Gegenstände im Spiel kaufen würdet. Überlegt es euch! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020